Sehr gut möglich, dass wir Kyle bekommen. Oh mein Gott! Der dritte neue Brawler hintereinander. Was? Oh mein Gott! Und jetzt ein legendärer Brawler. Let's go! Und wir kriegen tatsächlich... So Leute, was geht? Und damit ein Herbst Willkommen zu einem weiteren Brawl Stars Video. Hier auf meinem Kanal, Leute. Ja, heute sind wir hier auf meinem Mini-Account am Start. Da kam tatsächlich das letzte Video auch schon vor knapp einer Woche. Und da habe ich gesagt, ey, habt ihr Bock, wenn Kyle hier rauskommt, dass ich dann auch auf meinem Mini-Account direkt ein Opening mache. Und alle haben geschrieben, ja, 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 mach das auf jeden Fall. Ist echt eine coole Sache. Deswegen werden wir heute hier ein nices Opening auf meinem Mini-Account machen. Wir haben hier leider keine kostenlosen Brawl Boxen. Deswegen habe ich gerade eben mal ein bisschen Geld aufgeladen. Und zwar 100 Euro iTunes Karten. Und ich habe heute etwas richtig, richtig Krasses für euch. Und zwar ist dieses Video unterstützt durch Cash4Apps. Die haben wir hier für meinen Mini-Brawlers-Account ein bisschen gut haben zur Verfügung gestellt, damit ich euch hier ein cooles Video bringen kann. Und ich habe auch etwas Cooles für euch. Denn Cash4Apps veranstaltet ein richtig, richtig nices Gewinnspiel. Und ich will euch heute erklären, was ihr machen müsst, um daran teilzunehmen. Als allererstes über Cash4Apps könnt ihr euch kostenlose iTunes und Google Play Karten herunterladen. Ihr müsst dafür auf diesen Link gehen. Den findet ihr auch ganz oben in der Videobeschreibung. Ihr kommt dann auf die Cash4Apps-Seite. Dort müsst ihr euch dann registrieren mit eurer echten E-Mail und mit einem richtigen Passwort. Für iOS gibt es dann auch noch eine App. Die habe ich hier schon heruntergeladen. Die findet ihr auch im App Store. Nennt sich CFR Rewards. Wenn ihr euch dann online registriert habt, dann könnt ihr euch diese App runterladen. Wenn ihr die dann das allererste Mal öffnet, dann könnt ihr euch mit euren Anmeldedaten, die ihr beim Registrieren eingegeben habt, euch anmelden. Und kommt dann auf folgende Seite. Werdet dann automatisch immer auf die Internetseite von Cash4Apps weitergeleitet. Und von dort aus geht es dann weiter. Wenn ihr euch bis Montag über meinen Link in der Videobeschreibung registriert und dann hier drei Downloads machen. Das geht richtig, richtig schnell. Wenn ihr dann auch noch die Benachrichtigung aktiviert, dann bekommt ihr auch hier immer so eine Benachrichtigung. Boom! Du hast gerade 300 Punkte fürs Downloaden von Castle Clash bekommen. Das Ganze macht ihr dann dreimal. Und dann nehmt ihr automatisch an einer Verlosung von 5 mal 10 Euro iTunes und Google Play Guthaben teil. Okay, diese werden dann eurem Cash4Apps-Konto gut geschrieben. Das ist eine coole Möglichkeit, damit ihr mich kostenlos unterstützen könnt, damit ich euch weitere coole Openings finanzieren kann. Denn ihr müsst ja wissen, das Geld kommt ja nicht von irgendwo her. Das heißt, wenn ihr Bock habt, ladet euch die App gerne runter. Wie gesagt, ihr könnt dann hier auch, wenn ihr auf Rewards geht, dann könnt ihr auch bereits mit 3000 Punkten, das sind 10 Apps, Leute. 10 Apps, okay, 11 Apps ungefähr, ja, okay, 12 Apps, kommt drauf an, was ihr runterladet. Mit 12 Apps könnt ihr euch dann schon eine 10 Euro iTunes-Karte und für ein bisschen weniger eine 10 Dollar Google Play Karte holen. Das Einzige, was wir machen müssen, um wie gesagt daran teilzunehmen, ist Cash4Apps runterladen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Drei Apps downloaden, damit ihr hier in dem Gewinnspiel teilnehmen könnt. Und dann müsst ihr auch noch meinen Kanal kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Und gebt diesem Video auch einfach mal einen Daumen nach oben, Leute. Im letzten Video, auf meinem Hauptaccount, haben wir jetzt schon auf dem Video 5000 irgendwas Daumen nach oben. Mal sehen, ob ihr das toppen könnt. Also lasst, wie gesagt, gerne mal einen Daumen nach oben. Ich würde sagen, 2500 Daumen nach oben sollten mal easy drin sein. Und das Gewinnspiel wird dann am Montag aufgelöst. Das heißt, haltet euch ran. Am Montag bekommen dann die Gewinner von Cash4Apps ihre Punkte gut gespielt. Alles klar, Leute. Ich würde sagen, genug zu der Werbung. Wir schauen jetzt einfach mal auf meinen Mini-Account, ob wir auch Karl im Shop als Angebot haben. Ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, dass wir den hier auch haben. Ja, wir haben auch Karl hier auf meinem Mini-Account am Start. Ich würde sagen, wir werden uns den aber nicht holen. Denn ich habe ja gesagt, wir werden ein krasses Opening hier auf meinem Account machen. Ich habe gerade für 100 Euro eine iTunes-Karte, wie gesagt, von Cash4Apps bekommen. Und die werden wir jetzt hier auf unserem Mini-Account aufladen. Beziehungsweise wir können gar nicht die 100 Euro aufladen. Denn ich sehe ja gerade, 2000 Gems kosten ja 109 Euro. Das heißt, wir laden einmal 1000 Gems auf. Beziehungsweise 950. Aber dann haben wir über 1000 Gems hier auf dem Account drauf. Let's go, Leute. 950 Gems wurden jetzt in unserem Account gut geschrieben. Und was ich ganz vergessen habe zu sagen, hier nochmal eben ganz kurz so ein Screenshot, wie die App im Google Play Store aussieht. Das ist eigentlich fast die gleiche. Ihr müsst nicht da nach CFA Rewards suchen, sondern einfach nach Cash4Apps Free Gift Cards. Und ja, ich würde sagen, das war es dann jetzt auch endlich mal dazu. Alles klar, Leute. Wir beginnen jetzt direkt einfach mal mit der allerersten Kiste. Ich würde sagen, wir haben hier eine Megabox am Start. Und wir können jeden Brawler ziehen, Leute. Wir können einfach mal jeden Brawler ziehen, außer natürlich die, die man über den Trophäenpfad freischaltet. Ich würde sagen, wir fangen an. Wir können jetzt unsere erste Megabox hier auf dem Mini-Account öffnen. Und wir heben auf jeden Fall 60 Gems auf, damit wir im Endeffekt dann auch wirklich Carl bekommen. Weil Carl auf dem Mini-Account wäre natürlich mega krass. Deswegen, let's go, die erste Megabox hier auf unserem Mini-Account. Drei, zwei, eins, let's go. Und es wird ein neuer Brawler auf jeden Fall schon mal. Alles klar, Shelly, Barley, El Primo, Poco, Nita und Daryl. Sehr, sehr nice. Daryl der erste super seltene Brawler. Dann kriegen wir auch noch ein paar Gems. Sehr, sehr coole Sache, würde ich einfach mal behaupten. Alles klar, wir machen direkt die nächste Megabox auf. Okay, auf geht's. Okay, kein neuer Brawler leider. Aber wir kriegen wahrscheinlich genau ordentlich Powerpunkte für Daryl. Auf geht's in die nächste Megabox. Und ich brauche jetzt echt nochmal einen kompletten Support. Leute, lasst jetzt alle, wie gesagt, gerne meinen Video einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, was für eine weiße Woche, ob Google Play oder iTunes. Und es geht direkt los. So. Oh, Leute, schon wieder kein neuer Brawler. Also, ich hatte jetzt eigentlich gedacht, wir kriegen gefühlt in jeder Kiste einen neuen Brawler. Aber das ist tatsächlich doch nicht der Fall. Es ist tatsächlich doch nicht der Fall. Könnt ihr mal abstimmen, was ihr glaubt, wie viele neue Brawler wir bekommen? Let's go. Oh, direkt der nächste Brawler. Let's go. Mal sehen, welcher Brawler es wird. Okay. Daryl, Nita, Shelly, Ali und Pam. Alter. Ein epischer Brawler. Let's go. Wir kriegen Pam. Sehr, sehr geile Sache. Okay, cool. Zwei Brawler haben wir jetzt schon mal. Und... Okay, schade. Ich bin mal gespannt. Also, zwei neue Brawler haben wir jetzt hier schon mal freigeschaltet. Auf geht es. So. Oh, schon wieder ein neuer Brawler. Direkt in der nächsten Kiste ein neuer Brawler. Shelly, Nita, El Primo, Bale, Poco und... Okay, es ist Uriko. Ich dachte gerade schon. Ich dachte gerade schon. Der nächste super seltene Brawler. Das heißt, ihr wisst es ja. Zuerst schaltet man die niedrigeren Brawler frei. Also, die Wahrscheinlichkeit für die niedrigen Brawler ist ein bisschen höher. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich als nächstes auch... Sehr gut möglich, dass wir Carl bekommen. Oh mein Gott! Der dritte neue Brawler hintereinander. Was? Oh mein Gott. Und jetzt ein legendärer Brawler. Let's go. Oh, okay. Dann kriegen wir Penny. Das heißt, es fehlt nur noch ein super seltener Brawler. Und das ist Carl. Mal sehen, ob wir jetzt Carl noch aus einer Kiste bekommen. Oder ob wir ihn hier kaufen müssen. Let's go. Okay. Und weiter geht's. Okay, diesmal kein Brawler. Alles klar. Ich muss aber ein bisschen auf die Gems gucken. Ja, noch haben wir genug. Noch haben wir genug, Leute. Okay, leider wieder kein neuer Brawler. Let's go. Wieder kein neuer Brawler. Oh, oh, oh. Das wird aber hier eng. Okay, wir können... Eine letzte Kiste aufmachen. Let's go. Oh, schade. Wieder kein neuer legendärer... Wieder kein neuer Brawler. Das heißt, wir müssen uns jetzt Carl tatsächlich hier kaufen. Aber trotzdem, Leute. Wir kriegen jetzt einfach mal Carl hier auf unserem Mini-Account. Drei, zwei, eins. Und wir kriegen tatsächlich Carl, Leute. Was geht ab, Alter? Der nächste super seltener Brawler. Wir haben jetzt alle vier von vier. Und haben jetzt auch schon Carl auf unserem Mini-Account. Wie geil ist das denn? Beziehungsweise auf unserem Troll-Account. Alles klar. Ich würde sagen, wir werden dann hier nochmal ganz kurz diese Freebox aufmachen. Okay, leider keine Powerpunkte für Carl. Ich würde sagen, wir testen dann doch einfach auch mal Carl direkt mal hier auf unserem Mini-Account aus. Okay, wir gehen in... In Dornedün. Ach komm, wir gehen in Dornedün. Carl Level 1 mit null Pokalen. Alles klar, Leute. Let's go. Wir gehen jetzt nochmal in eine Runde rein hier mit ihm. Auf meinem Hauptaccount habe ich ihn ja schon auf Stufe 9. Ich bin mal gespannt, was wir jetzt hier für Gegner antreffen werden. So, okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir auf jeden Fall wieder so eine Runde finden, wo nur Carl's am Start sind. Aua, aua, aua. Die tun mir hier gerade ganz schön weh. Okay, Mist. Wir haben noch keinen. Ah, da sind noch ein paar Kisten. Alles klar. Sehr gut. Ich dachte schon. So, immer über Bande. Ihr wisst Bescheid, damit der Bumerang schneller zurückkommt. Okay. Na, Bro? Okay, danke, dass du die Kiste kaputt gemacht hast. Dann werden wir uns die direkt mal... Äh, ja, dann werden wir uns den Powercube direkt mal holen. So, wir können mal schauen, ob wir uns hier den Dynamite snacken können. Leider habe ich die ganzen HP-Punkte nicht im Kopf von den Brawlern. Dann könnte ich sogar sagen, ob das jetzt einer ist, der Carl schon ein bisschen länger hat. Oder irgendwie Dynamite schon ein bisschen länger hat. Aber kann ich leider nicht sagen. Okay, nice. Den haben wir. Würde ich sagen, geh mal bitte da auf die Jessie. Da unten ist auch noch eine Jessie. Na, Jessie. Die haben wir auch. Let's go. Okay, da ist noch ein Powercube. Den holen wir uns aber nicht. Oh, bitte. Ah, okay. Geht auf mich. Aber es ist gar nicht mal so schlecht. Denn er ist schon relativ low. Heißt, den können wir uns jetzt hier mal gönnen. So. Komm. Das wird meiner. Ja. Sehr geil. Nochmal drei Powercubes dazu. Das heißt, wir haben jetzt neun Powercubes. Und ich würde sagen, damit sind wir tatsächlich relativ OP. Wir laufen jetzt mal schnell weg. Ich will nämlich eigentlich nicht den Roboter nochmal bekommen. Oh, let's go. Hier sind auch noch zwei Powercubes. Ist das auch noch einer? Loy, was machen die denn hier immer alle? Okay, den sammeln wir aber nicht ein. Wir schauen jetzt. Oh. Ja gut. Dann haben wir einfach mal gewonnen, ohne irgendwie was zu machen. Alles klar. Plus acht Pokale für unseren süßen Carlman. Sehr, sehr coole Sache. Ich würde sagen, wir testen dann nochmal einen anderen Brawler aus. Beziehungsweise, ich will einen Brawler niedrig lassen. Muss ich mir nochmal überlegen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, mit welchem Brawler wir es probieren sollen. Auf Level 1. Oder, keine Ahnung, auf Level 2 haben wir jetzt El Primo. So, mit welchem Brawler wir es probieren sollen, auf Level 1 auf 100 Pokale oder sowas zu pushen. Ja, okay. 100 Pokale ist keine Herausforderung. Ich würde sagen, wir probieren jetzt mal mit Pam mal eine Runde aus. Und zwar auch wieder einen Solo-Showdown. Alles klar. Mit der süßen Pam hier am Start. Was geht? So. Oh, an diesem Punkt bin ich auch schon mal vorhin auf meinem Main-Account gespawnt. Vielleicht bringt uns das ein bisschen Glück. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. So. Alles klar. Da wollte ich natürlich auch Erster. Also, ich muss sagen, hier auf diesen niedrigen Pokal-Regionen ist das eigentlich keine Herausforderung. Da kann es auch mal sein, dass man da einen High-Trophy-Gegner bekommt, der Karl auch gerade erst freigeschaltet hat. Aber normalerweise sind die Gegner eigentlich hier alle auf der Region noch ein bisschen Bot-mäßig unterwegs. Jetzt ohne euch zu nah. Ja. Ja. Ich würde sagen, das war es jetzt mit dem Video. Wir sehen uns im nächsten Brawl Stars-Video, Leute. Euch in einem wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bis demnächst. Euer Clash Games. Und... Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.